Heute die Brettspiel-News mal anders und diesmal wirklich einiges an News. Los geht's! Ja hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels, jetzt muss ich schon den Text überlegen und herzlich willkommen zu den Brettspiel-News heute mit mir, sozusagen gleich aus eigener Sache. Ja, Benni ist verhindert, wir haben lange überlegt, sollen wir eine News machen, sollen wir keine News machen. Da haben wir so ein bisschen das Internet durchgeschaut und gesehen, oh da gibt es aber einiges. Naja, jetzt habe ich mich einfach mal spontan hier hingesetzt und einfach mal haue ich jetzt mit News voll, vielleicht nicht so ganz detailliert wie Benni, der sich jetzt ein bisschen Zeit lässt, aber das soll nicht so schlimm sein, hoffe ich doch, denn es sind wirklich coole Sachen dabei. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und ich nehme einfach mein altes Outfit. Ja, so kenne ich das auch hier mit den Kickstarter-News, aber ja, diesmal aus der Szene, wir haben nämlich die Maren Hoffmann. Ja, die wird neues Jury-Mitglied. Ja, Maren Hoffmann, Redakteurin beim Spiegel eigentlich. Ich habe auch schon mit ihr zusammen am B-Rex-Tag gespielt. Das war sehr lustig. Schöne Grüße an dich, falls du das anguckst. Da haben wir nämlich ein lustiges Spiel gespielt und später auch sind wir in den Geschmack von Divinus gekommen. Also es war sehr unterhaltsam. Ich bin sehr gespannt, was diese clevere Dame hier in die Jury quasi mitbringt und sie kann ja auch sehr gut mit Worten umgehen. Ja, springen wir mal gleich über ganz kurz in die Kickstarter-Ecke. Da werde ich mich auch nicht so lange aufhalten. Hier haben wir ARX. Das ist quasi ein Science-Fiction-Fast-Playing-Game von Patrick Ladder, also Ladder-Games, die die Root und Oath gemacht haben. Drei bis vier Spieler, ungewöhnliche Zahl ab 14 Jahren, 60 bis 120 Minuten. Ihr seht ja auch schon gleich, Pledge-Level 60, 100, da gibt es auch sowas mit Holz-Meeple, mit noch mehr Sachen. Und hat sehr interessante Elemente, quasi ein dynamisches Action-System. Dramatische Battles ist natürlich auch schon super gefundet worden. Versandkosten liegen bei um die 12 Dollar und noch mehr, weil da kommen ja noch die Wetts dazu. Das habt ihr natürlich immer, müsst ihr immer halt mit einbeziehen. Schaut es euch mal an. Ihr habt, wie gesagt, schon hier die Pledge-Level schon gesehen, also 57 Euro, beziehungsweise mit Expansion 94 und so weiter und so fort. Im Dezember 2023 soll das Ganze dann ausgeliefert werden. Ihr habt Zeit, auch bis zum 14. Juni das Ganze zu unterstützen. Im Game-Found-Bereich seht ihr natürlich immer die Burgen von Burgundi, die hier noch sind. Auch der Brettspieltisch von Sunny Geeks ist noch mit dabei. Was hier Active Projects natürlich noch gezeigt wird, seht ihr hier. Was als nächstes kommen wird, sehen wir hier Enigma Crime Scene, also ein bisschen Kriminalfälle, Amygdala haben wir ja schon gehabt. Also im Westen nichts Neues. Es gibt nicht so viel bei Game-Found, die üblichen Verdächtigen. Anders sieht es in der Spieleschmiede aus, denn da ist nämlich jetzt, oder sind zwei Sachen neu gestartet, wobei Thumbdown ist auch ein kleines U-Boot-Spiel, das zu sehen ist hier von den kleinen Feinen. Und was auch gestartet ist, ist Isla, das Glitzernde Etwas. Da könnt ihr auch ein Let's Play von mir angucken, oder zumindest ein Kickstarter-Preview, das ich gemacht habe. Schaut es euch mal an, es ist ein sehr süßes Spiel mit Entscheidungselementen, wo man links und rechts sich entscheiden muss, Sachen sammeln kann. Ein niedliches Häschen, was hier die Protagonistin quasi ist. Ich glaube, es ist doch Häschen, ja genau. Was aber hier auch noch ist, ist Senjutsu. Darüber habe ich auch, glaube ich, damals in den Kickstarter-News gesprochen. Und das wird jetzt endlich bei Giant Rock hier auf Deutsch erscheinen. Schaut es euch einfach mal durch, das ist natürlich hier die Standard-Version 50 mit 175, mit dem kompletten Zeug. Ein sehr cooles, ja, Kampfspiel, glaube ich auch, war das das? Jetzt muss ich nochmal gucken hier. Mit coolen Deckbauelementen. Ist das ein Kampfspiel, ja man bekämpft sich auf jeden Fall im feudalen Japan, ja. Spannende Duelle, ja, ich habe es auch noch richtig im Kopf, genau. Ja, also das natürlich für Sandkosten frei, Solo-Kooperativ, kompetitiv, spielbar auf jeden Fall. Schaut es euch mal an, wie es hier aussieht. Ansonsten sind natürlich hier weitere Projekte geplant. Was vor kurzem ausgeliefert wurde, ist Crash and Moon. Das vermutlich auch bald bei Giant Rock hier in der Spiele-Schmiede erscheinen wird. Was so ein bisschen dieses Tausend-und-eine-Nacht-Feeling sehr gut rüberbringt. So, Crowdfunding-News sind durch. Gehen wir mal kurz in die Kategorie über, was es denn wieder aktuell im Handel gibt. Da ist Batman Everybody Lies von Portal Games jetzt wieder verfügbar im Pegasus-Shop oder auch sonst wo. Das ist natürlich sehr interessant. Das sollte man sich vielleicht mal anschauen, um einfach mal einen Vergleich zu haben, wie so die Detective-Reihe denn aussieht. Ja. Des Weiteren habe ich gesehen, dass hier mal wieder die Unlock-Game-Adventures angezeigt wurden. Wobei, das hatten wir, glaube ich, schon mal mit Zug und Zug, Mysterium, Pandemic. Keine Ahnung, ob das jetzt demnächst in den Handel kommt. Hier steht jetzt nichts Genaues. Aber vermutlich wird das auch bald in den Regalen drinstehen. Ja, ein kleines Spiel, das ich auch schon gespielt habe, Tiny Epic Dungeons, ist jetzt endlich im Handel angekommen. Also könnt ihr im Retail sozusagen erhalten. Wie gesagt, Tiny Epic-Reihe. Auf jeden Fall ein sehr lustiges Dungeon-Crawl in Kompakt. Ebenso im Handel angekommen ist Stranger Things Attack of the Mind Flayer. Ja, da habe ich mir die erste Folge von der vierten Staffel schon mal reingezogen. Ja, geht mal wieder interessant weiter. Auf jeden Fall vier bis zehn Spieler. Und das könnt ihr dann auch jetzt, ja, kaufen. Ebenso erschienen ist das Spiel Sons of Hariel. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon im deutschen Handel verfügbar ist. Auf jeden Fall von Christian Soli. Und das Spiel ist jetzt quasi auch gekickstartet worden und jetzt ausgeliefert. Dann würde ich doch sagen, kommen wir jetzt endlich zu den News-Schnipseln. Und da fangen wir mit dem größten Elefanten eigentlich fast schon an. Great Western Trail. Ja, das ist jetzt sozusagen Argentina. Und ebenfalls ab zwölf Jahren, ein bis vier Spieler, 75 bis 150 Minuten wird es hier gehandelt. Und das soll dann in Essen 2020 released werden. Also man sieht hier ganz leicht, dass hier so ein paar Karten ein bisschen anders sind. Also ich bin gespannt, wie das Ganze sich spielen wird. Wir können hier mal kurz drauf gehen. Vielleicht kann man hier schon ein bisschen was sehen. Ah, hier sieht man ein bisschen mehr tatsächlich. Okay. Das sind hier die Boat Tiles. Gibt es hier schon. Sehr cool. Habe ich noch gar nicht gesehen. Auf jeden Fall, näher ranzoomen kann man nicht. Hier sieht man nochmal die Rückseite des Spiels. Da kann man vielleicht ein bisschen was sehen. Ride the Trail of the Argentina Pampas. Ja, also bin ich gespannt auf jeden Fall. Great Western Trail ja immer ein, ja, ein cooles Spielerlebnis. Des Weiteren hat es einiges von Cosmos gegeben. Da unten wird ja schon gespoilert, was ich hier zeigen will. Also hier mal was Kleines. Wer auf die Brain Games steht, hier ist eins Dimensions von Loge Lachow, glaube ich, nennt sich derjenige. Und ein Spieler oder Spieler ab acht Jahren. Ja, kleines Brain Game. Zack, rüber gesappt zu dem hier. Und zwar Terra Nova wurde hier angekündigt, was dann im Herbst erscheinen soll. Ähm, das soll wohl basierend auf dem Experten-Spiel Terra Mystica, was ich ja jetzt auch endlich gespielt habe. Und, äh, ja, ihr seht hier, das Cover, äh, erinnert ja schon auf jeden Fall. Ähm, daran ist von Andreas Foul, zwei bis vier Spieler ab zwölf Jahren. Ja, auf jeden Fall interessant. Mal schauen, was da noch so darüber dann bekannt wird. Dann haben wir hier ein wunderschönes dunkles Cover. Ja, ist noch eine vorläufige Abbildung. Tagi, eine Bonusbox. Ja, da sollen wohl hier stets Aktionskarten, Randkarten und tolle Holzteile, die für viel Abwechslung sorgen sollen, mit drin sein. Und, äh, eine spannende Herausforderung in der Wüste. Ja, Andreas Steiger, ein bis zwei Spieler und ab zwölf Jahren, soll dann im Herbst 2022 auch erscheinen. Weiter von Cosmos haben wir Death Valley von Kevin Ellenberg oder Ellenburg. Äh, ja, das soll einen, hier spannender Spielmechanismus, ja, schön. Aber es soll, äh, wo habe ich denn das gesehen? Ah ja, Can't Stop. Es soll quasi den Can't Stop Mechanismus haben, wo man ja quasi würfelt, ähm, und versucht dann überlegen, ha, mit welchen gehe ich nach oben. Denn wenn man es nicht mehr schafft, sein Miebelchen quasi weiter nach oben zu bringen, mit den Zahlen, die gewürfelt wurde, dann kriegt man gar nichts und kommt gar nicht voran, ja. Mal interessant zu sehen, wie das hier, äh, eingebracht wird. Ähm, auf jeden Fall ein bis zwei Spieler, also es ist ein Zweispielerspiel, ab acht Jahren, ja. Soll auch 2022 dann im Herbst erscheinen. Sind ja alles Herbstneuheiten und da kann das natürlich auch nicht fehlen. Alle haben es gewollt. Jetzt ist es da, die Katan 3D-Erweiterung von Seefahrer und Städte und Ritter. Ja, da kriegt ihr jetzt quasi das, äh, volle Portfolio jetzt, ähm, sind da Bilder dabei? Ah ja, natürlich. Ah, man sieht nur ein Video, aber man sieht da auch nicht so wirklich, wie die Sachen aussehen. Aber natürlich, ähm, hat man jetzt hier die 3D-Edition noch um die Erweiterung erweitert. Ha, see what I did there? Dann noch was Ulkiges von Cosmos, habe ich auch irgendwo gesehen. Die drei Fragezeichen sind jetzt im Kühlregal. Das heißt, ihr könnt Pizza kaufen mit drei Fragezeichen, Rätselclou. Keine Ahnung, wiefern das jetzt da drin so, ähm, zu Rätsel ist, was da genau gemacht wird. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall sehr lustig. Ähm, wer es mag und wer Pizza mag, ja, ist ja nicht verkehrt. Was ziemlich cool ist, wie ich finde, ist die Ankündigung von CGE Games. Die haben nämlich Starship Captains angekündigt, äh, was ja nach einem sehr verrückten, bunten Treiben aussieht. Naja, man wird hier gleich wieder an Galaxy Truck erinnert, aber irgendwie hat man auch dieses typische Star Trek Feeling, ne, wenn man diese, ähm, Anzüge anschaut. Und ja, ist von Peter B. Hovegard. Und wenn man sich jetzt die Bilder anguckt, bei Board Game Geek hat man hier so ein bisschen schon mal Eindrücke von den Karten, wie die aussehen. Das Board, wobei das sieht noch ein bisschen prototypisch aus. Da kann man sich dann schon so ein bisschen einen Eindruck machen. Zwei bis vier Spieler, wie man dann hier quasi Planeten erkundet. Man sieht da schon so ein bisschen das Design. Also, das ist wohl ganz stark Star Trek inspiriert, was ich natürlich sehr cool finde. Irgendwie auch schade, dass er die Lizenz nicht hat. Aber mal gucken, wie sich das Spiel spielen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das CGE aus dem Hut zaubert. Dann haben wir hier eine Neuheit bei Heidelberg Games und zwar Quest. Ja, das ist auch von den Machern von der Widerstand, beziehungsweise Resistance und Coup. Und das ist auch so in dem Stil, ja. Also soll im September 2022 erscheinen. Man hat da auch wieder diese typische, wo man Leute auf die Mission schickt. Vier bis zehn Spieler können mitmachen. 30 Minuten Spieldauer. Ähm, ja, man sieht das schon. Das Thema ist jetzt halt eher ein bisschen mittelalterlich, würde ich mal sagen. Man sieht auch hier Bösen der Arthus-Streitkräfte. Ähm, ja, wieder eins in diesem Stil. Wer natürlich darauf steht, kann sich das mal näher anschauen dann. Dann gibt es hier ein neues Flipp'n'Ride-Prinzip von AEG, The Guild of Merchant Explorers. Ja, ähm, man hat hier quasi die Islands of Tigome, ja. Und ein, äh, ja, Flipp'n'Ride-Prinzip mit einem sehr schönen Artwork, wie ich finde. 1-4 Spieler, 14 Jahren, 45 Minuten. Nicht ganz sicher, ob das jetzt auf Deutsch erscheint. Auf jeden Fall, ähm, macht es optisch schon mal einiges her. Da könnt ihr euch auch mal anschauen. Da gibt es auch einiges an Videos, die da wohl schon zu bestehen. Dann wurde hier ganz frisch von Bruno Catala und Ludovic Montblanc ein Spiel vorgestellt. Das heißt, es ist ein Spiel für zwei bis vier Spiele ab sieben Jahren, um die 25 Minuten. Man sieht es schon, man hat Würfel, man hat hier das Board. Und, ähm, ist es ein Roll'n'Ride? Dö, 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 ich bin gar nicht sicher. Five Flags, aber es geht auf jeden Fall ums Bogenschießen. Und das ist ja schon mal ein sehr interessantes Thema, weil das hat man jetzt auch noch nicht so in der Form oft gehabt, ja. Ähm, 4-Player-Game sieht man hier so ein bisschen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Vielleicht ist es auch ein Geschicklichkeit, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall sehr cool von der Optik. Und das ist ja sowieso so ein kleines Dream-Team, die ja immer wieder was aus dem Hut zaubern. Des Weiteren wurde ein Spiel der Tidal Blades-Reihe angekündigt. Und zwar Tidal Blades Banner Festival. Ich hab hier Lucky Duck reingeschrieben, weil ich gehört hab, dass es wohl bei Lucky Duck erscheinen soll und im Handel. Das sprich, also es ist kein Kickstarter. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich. Und, äh, mal schauen, ob es dann über Lucky Duck auch in Deutschland quasi verfügbar wird. Cool finde ich, dass es jetzt quasi so ein Trick-Taking-Game, also ein Stichspiel ist. Das ist ja auch schon hier alles Englisch. Soll auch nur 30 Minuten dauern und es spielt, wie man ja schon sehen kann, wieder in einem Tidal Blades-Universum. Interessant fand ich, ähm, als es erklärt hat, dass man quasi, ähm, wieder natürlich Stiche machen kann. Aber je nachdem, in welcher Gruppe man sich befindet von den Stichen her. Also wenn ich den Stich gewinne, bin ich halt Gruppe 1 und kann dann sehr starke Aktionen auf der Karte machen. Bin ich vielleicht im Mittelfeld, kann ich die mittlere machen und habe ich irgendwie einen schlechten Stich, also die schlechteste Zahl gelegt, mache ich eine ganz andere, also die untere Fähigkeit. Und je nachdem versucht man dann natürlich zu planen, ähm, die Fähigkeit nutzen zu können. Aber man weiß halt nie, was die andere halt noch für einen Stich reinmachen und kriegt man vielleicht was anderes, mit dem man vielleicht nicht geplant hat. Und man versucht dann hier auch so ein bisschen in diese Bereiche zu kommen und, also, klang auf jeden Fall wieder eine interessante Idee, Stichspiele so einzusetzen mit irgendwelchen Fähigkeiten, die halt abhängig von der Stichzahl quasi ausschlaggebend sind. Ja, mal schauen. Tidal Blades, sehr interessant. Dann haben wir hier den Ringkrieg, äh, die epische Schlachten um Mittelerde. Das wird jetzt sozusagen wieder neue, äh, eine neue Version bekommen oder beziehungsweise eine Neuauflage. Diesmal allerdings bei Schwerkraft, ja, also wer das vielleicht kennt und gedacht hat, Mist, das ist ja jetzt ausverkauft oder ich, das war bei einem anderen Verlag auf jeden Fall. Das wird jetzt halt bei Schwerkraft wieder erscheinen. Dann gab es noch eine kleine Ankündigung, beziehungsweise man findet noch nicht so wirklich viel, aber Splendor Duel soll jetzt kommen. Ähm, ja, ich mein, Splendor hat eigentlich ganz gut funktioniert zu zweit, warum man jetzt seine Duell-Version macht. Hm, ne, es wird ja alles jetzt hier verduellt. Naja, zumindest, äh, mal schauen, wie sich das Ganze dann spielt oder auch anders spielt. Dann wurde ein neues Spiel aus der Patchwork-Reihe, ähm, angekündigt und zwar Stack'n'Stuff. Von Uwe Rosenberg und Marianne Waage. Man sieht hier so ein bisschen, ähm, ist auch bei Lookout-Spiele kommt es. Natürlich zwei Spieler. Sieht irgendwie cool aus mit den Kartons. Erinnert mich immer so ein bisschen an so ein Videospiel. Wie hieß denn das, äh, wo man, äh, irgendwie Sachen durch die Gegend tragen muss oder Umzugsfirma ist. Ich weiß schon gar nicht mehr. Na, guck mal, der Uwe ist ja auch mit dabei. Ähm, ja, süß natürlich. Wenn man es noch nicht hat, weiß ich, ob sich jetzt da viel ändert. Ja, kommt auf jeden Fall 2022 heraus. Aber das war es nicht mit Uwe Rosenberg, denn er hat Atiwa. Ähm, ein Spiel, ja, das natürlich wieder in Natur angelegt ist. In, äh, Südosten von Ghana. Also Südosten Ghana in Afrika spielt. Und man sieht hier so ein bisschen ein bis vier Spieler. Sieht auf jeden Fall, ähm, ja, ganz niedlich aus eigentlich. Ähm, auch bei Lookout-Spiele soll das Ganze dann erscheinen. Jetzt gucke ich nochmal hier von den, äh, Zahlen. Ein bis vier Spieler, 30 bis 120 Minuten. Okay, interessant. Ab zwölf Jahren. Und, ja, mal schauen, was der Uwe da wieder aus dem Hut gezaubert hat. Ja, das war es jetzt heute mit den News. Ich hoffe, es, ähm, war irgendwas Interessantes dabei. Vielleicht ein bisschen chaotisch. Aber so ist es nun mal. Äh, ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß gehabt habt. Und, äh, nächste Woche wird dann alles wieder seinen normalen Lauf nehmen, denke ich doch mal. Habt auf jeden Fall ein schönes Wochenende, schöne Feiertage. Und, äh, ihr seht dann mein aufgetischt am Montag. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Und, ja, nächste Woche dann wieder die News, denke ich mal, auf normale Art und Weise. Lasst gerne Daumen ab oder falls ihr noch nicht habt. Und, bye-bye, Leute. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!